ein fröhliches und herzlich willkommen zu einer neuen folge tiger takes ich mach mal kurz für euch die muggeln 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 obwohl die muggeln gibt es heute nicht muggeln ist überflüssig so wollen wir mal so was kann ich machen kann ich drücken ist dann haben wir drin jawohl da ist der hammer bahner 1 ich drücke so gucken wir erstmal da hinten ist das loch okay dann wollen wir mal ausholen und hau ruck los 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 ja nein verdammt legt mir den arsch so gerade so wollte schon sagen vier schläge bei bahn 1 wäre schon belastend ach du scheiße wie mache ich das denn jetzt ich weiß nicht wie stark das hier abprallt mal probieren und feuer so richtig schmackes kannst damit nicht aufbauen kommen drei jetzt die nummer vier und damit ist eingeloggt na wo ist sich so ach du scheiße wts anvisieren und feuer man hüpf 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 warten warten warte feuer der verhungert da wird mich veräppeln nein 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 ich bin runter gefallen fach wo ich wieder nach hinten durchlaufen höhe mhm das ist ja wirklich gerade extremst peinlich aber das ist auch ganz schön schwer muss ich ernsthaft sagen wirklich das ist wirklich gar nicht mal so einfach Ja! 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 Komm! Und? Ha! Geschafft! Loch 4 Wie schlimm wird es jetzt? Ich weiß es nicht Komm! Schmack es und hoffen! Das war ja schon mal super hier Stehen bleiben und Anvisieren mit Schmack es Satz mit X, Satz war wohl nix Und mit Schmack es Ja! Stopp! Perfekt! Anvisieren Mit Schmack es Mano! Ich will über die Schwanze Anvisieren Und Salz geben! Jawohl! Ähm Ähm Nochmal Egal Mit Schmack es Wunderbar! Ein bisschen Korrigieren Es war zu viel Korrigiert Sekunde Perfekt anvisieren mit schmackes jawohl anvisieren mit schmackes habe ich habe ich habe ich jetzt getroffen habe ich nicht getroffen leute ist jetzt gerade so meine frage habe ich jetzt war das jetzt der treffer schlag oder war es jetzt nicht der treffer schlag also die windmühlen haben wir ja schon windmühlen waren aber ja schon so wie sah das jetzt da aus haben wir das habe ich den jetzt eingeloggt ich bin auch ein profi minigolf hoppa er wird mich fäbeln er war doch hier hundertprozentig anvisieren in knie level fünf was wird das jetzt ich sehe nichts muss wie muss ich denn schlagen probieren mal wo ist denn das loch dahin muss ich hin ist da hinten offen oder ist einfach zu gut gut das heißt erst mal damit schmackes hin prima daumen dahin und anvisieren mit schmackes oh 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 wow 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 nein 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 ich fliege irgendwie zum zehnmal schon wieder runter ich werde langsam bekloppt ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme schon ich kann es ist wirklich anstrengend wo ist doch da ich schon hier war meine baustelle aktuell so war dabei ist da geblieben wo ich ihn haben wollte achtung fertig schmackes Achtung! Fertig! Schmackes! Ja wunderbar! Wo ist hier das Loch? Da sind unsichtbare Teile vor. Mit, warte, warte, mit Schmackes! Nein! Zurück! Warte! Warte! Schmackes! Nein! Ich habe alles so gut. 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 Ich laufe zum 18 Mal hier lang. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse dies. Wieso will ich denn noch hier lang laufen? Wiel-brav Go Weg! Go Weg! begrick! Hopp! Hopp! Durch! Hopp! Hopp! Und!! Wannen! Wannen! Wannen!! Mit Schmackes! Das war wirklich übelst schlecht. Was soll das denn? Stopp! Und? Atage! Ey, hab ich denn gar kein Timing? Das ist der erste Versuch. Leck mich am Arsch! Geht doch! Mensch! Kein Wahrsein! Mit Schmuggles! Jetzt treffe ich mich! Schmuggles! Ich kriege gerade... Nein! Nein! Nicht! Nein! Ich habe keinen Bock mehr! Warte! 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 Mit Schmuggles! Warte! Mit Schmuggles! Ich muss da mal durch, ja? Danke! Warte! Mit... Mit... Schmuggles! Er war zu spät, dass Schmuggles! Oder zu früh, ich weiß es nicht! Warte! Anvisieren! Nein! Mit... 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 Schmuggles! Ich muss da durch! Stopp! Ich hasse diesen Ball gerade! was Ich muss noch mal ein bisschen hauen hier. Lalalala. Lalalala. Gucke doch mal. Gucke doch mal. Ja, schau doch mal an. Wie einfach das jetzt, glaube ich, wird. Sekunde, Sekunde. Ich muss mich nur optimal positionieren. Das sieht doch super aus. Sekunde, ich schieb noch mal ein bisschen. Boom. Anvisieren. Anvisieren. Und Feuer. Siehste wohl. Wie einfach plötzlich. Ei, der Ritzka. Zwölf Minuten. Wo ist denn der Ball? Ah, nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Das ist gar nicht gut. Wo muss ich denn hin? Wo ist denn das Loch? Leute. Wo ist das Loch? Ach, da unten. Okay. Machen wir mal so einen Minischlag. Warte. Warte. Und ab geht's. Versuch Nummero zwei. Diesmal mit Schmuggels. Nein, nein, nein. Ja, 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 ja. Jawohl. Schmuggels ist immer gut, Leute. Merkt euch das. Wenn was nicht klappt, einfach mit... Wo ist der denn? Ist der da ernsthaft? Achtung, fertig. Klatsche. Boom. Ach, hier ist das Treppenhaus oder was? Äh. Ach, nö. Ich krieg die Krise! Äh. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hau denen jetzt sowas von Mitschmuggels runter. Das glaubst du nicht. Runter mit dir! Wenn man das weiß, ist das so einfach. Hab ich's jetzt! Ich hau's. Nein, doch noch nicht. Arrrr! Ich kann ja eigentlich auch schnell gehen. Ich krieg die Krise hier. Ach ja, das ist ja auf einem Roboter. Alles. Ich vergaß. Letztes Loch! Letztes Loch! Einfach runter damit und gucken mal, wo das hinführt. Ne? Einfach mal gucken. Ja. Das sieht super aus. Das sieht wirklich gut aus. Bissle mehr nach... Mh... 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 War zu schwer nicht schmackes. Ich weiß. Leute! Ihr habt's verstanden. Da muss mehr schmackes sehen. Achtung! Fertig! Mit... Schmackes! 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 Oh, das hat funktioniert. Jetzt ist es ja super. Mit... Schmackes! Schmackes! Nein, 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 nein. Das schaffe ich. Ich hab's geschafft. Halleluja! Halleluja! Danke! 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 Mwah! Mwah! Danke! 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 Danke. Und damit verabschiede ich mich heute. Genervt und Tschüss.